ARD Text im Auftrag von Funk Und auch von dem da. Wir nehmen mal kurz, äh, die Klinge. Die macht nämlich noch Gips. Ha. Leiche beseitigen. Und Leiche beseitigen. Und weiter in die Richtung. Oh je. Es sollte noch ein heiterer Weg bis dahin. So viele Gegner. Stufe 8. Jej. Ach, da geht's gar nicht lang. Nicht mal mit Hüpfen? Hm. Gut, dann muss ich den Weg herumsuchen. Was haben wir denn überhaupt hier? Komm ich da, durch diesen Berg durch? Hm. Ich denke nicht. Ein Scream! Ah, das war klar, dass das mich angreifen wird. Ach du Scheiße! Erstmal das... Kleine... Nein, erstmals das große. Alter! Was ist das für ein Wiesel? Was ist das für ein Wiesel? Ja, ich hätte zwei von denen. Ihr mich auch. Ich sollte, glaube ich, vielleicht echt noch mal nach... ... beim Mora gehen. Und mir irgendwie Chameleon machen. Wenn da noch mehr von diesen Viechern kommen Die waren ja übel Oder sind sie es immer noch? Vielleicht kann ich die auch immer umgehen Das wäre natürlich auch schön Achso Wipa Loll Wird noch auf Wipa gewechselt Ach, hier wird laufenden Angriff wechseln Abwarten Na, so Zack Das wird noch ein heiterer Weg bis nach Geisterpforte Ich weiß nicht mal, ob das der richtige Weg hier lang ist Das ist noch viel besser Oh je Das wird heiter Und wolkig Da 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 ist ein Klippenläufer Und Hääääh? Das ist kein Le- Die Klippenläufer sieht komisch aus Was ist das, was ich noch nie von der Seite gesehen habe? Ich bin schon von da oben. Noch ein Hit, noch ein Hit! Zack! Gleiche beseitigen, speichern, auf dem da oben. Und den Weg bis dahinten soll ich überleben. Na, herzlichen Dank auch. Ich hätte mich auch nach Altruhen teleportieren lassen können, ey. Hey, aber hier kann ich immerhin ein Kamelion jetzt herstellen. Ach ne, das ist nicht Altruhen, das ist ja auch eine Festung. Altruhen ist noch ein bisschen weg. Na doll. Na, ganz große Klasse. Was ist denn das für ein Ort hier? Ähm, da unten steht was, aber... Was ist das für ein Ort? Festung der Burgfeuter Legion. Ja, so ähnlich. Die verkaufen mir bestimmt auch irgendwelche Sachen. Mir kommt's vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Woher sehen die alle gleich aus? Handeln! Äh. Äh. Nö. Das kann ich nicht gebrauchen. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Kann ich alles nicht gebrauchen? Was hast du hier? Quacksalber, oder wie der auch immer heißt. Ach, Quaspus. Na gut. Äh. So ähnlich. Lebensenergie, aber nichts mit dem MP. Ach komm. Hier sind doch alle doof. Allzeit bereit. Aber hier könnte ich rasten, glaube ich, ohne Probleme. Hier darf man nicht rasten, warten. Was ist, wenn ich warte? Wird mein wenigstum in der Hausdauer voll. Na gut. Aber hier vor kann ich rasten, äh nein. Gut. Dann eben nicht. Mh. Und da vorne, ach da vorne schon halt ruhen dann. Wenn ich bis da hinkommen sollte. Und nach da geht's nach Geisterforte. Würde ich behaupten. Aber was bringt mir Chameleon, wenn ich nicht mal an Magie wiederkomme? Also gehen wir nach Geisterforte direkt. So. Einfach mal wieder speichern. Einfach muss ich meine HP wiederherstellen. Mit dem da. Und dem Ring der Heilung. Gut, nicht ganz. Aber... So gut wie... Ein Höllenhund. Müsst das sein. Alter, ich muss doch nur einmal hinten noch. Ja, warum liegt der denn so schnell down? Klippenläufer... Das bereitet einem Freude. Weil wir alle Klippenläufer lieben. Wann sollte ich auch treffen. Äh... Triff doch mal. been- BECAUSE Ich muss jetzt wieder lebensregelnd etwas herstellen. Was zur... Das sieht nicht nett aus. Das muss ich jetzt mal so sagen. Das sieht nicht nett aus. Achso, das ist eine magische Wand. Ich hoffe nur, dass ich keinen Klippenbläufer mehr bekomme. Ich hasse diese Viecher. Wie jeder andere auch. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Das ist ein Klippenbläufer. Rinderheilung hat noch nicht genug. Nun muss ich hier wieder... Wie sowas. Ja, damit würde man ja in Lebensenergie mal voll. Das weiß ich schon. Ich würde jetzt fast behaupten, dass da oben wieder einer ist. Ja, komm. Ja, komm doch. Und nervt mich. ... 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 Da drüben ist der Eingang zu Geisterpforte, oder was? Hä, ich bin in Geisterpforte. What the hell? Ach, das ist Geisterpforte hier? Oder wie? Oder was? Na egal, hier muss ich eh jetzt mal einen Cut machen. Nein, ich lade. Speichern, da, okay, ja. Und bis zum nächsten Mal, ich bin deinem Kane, Jena Jones.